Ja hallo und ein herzliches Kommen zurück bei Left 4 Dead 2. Mal wieder dabei ist der Smoker und der Sander. Yeah, ich spiele jetzt Left 4 Dead mit Lenkroyd. Was willst du jetzt mit Lenkroyd? Ich spiele jetzt Left 4 Dead mit Lenkroyd. Ähm, ja. Schön, aber eine Herausforderung. Funktioniert nur leider nicht. Oder? Musst du gleich mal probieren. Soweit man im Spiel sind. Hast du dann so Lenkmunition oder wie? Weiß ich nicht. Ich kann ja um die Ecke schießen. Wie sagte der Micromancer bei Borderlands 2 noch? Aimbotten kann jeder Penner? Der Micromancer hat unter anderem die besten Sprüche. Die Perle. Hier mit ihrem Death Trap. Ich muss dir unbedingt einen extra Arm bauen. Nur für High Five. Um die Ecke schießen geht eigentlich. Das funktioniert. Meinst du? Ja. Hast du nie den Film Wanted gesehen? Ja. Och. Den konnten auch um die Ecke schießen. Ich hab letztens mal wieder eine Szene gesehen aus einem der alten Robocop-Filme. Ich glaub Robocop 2 war das. Der hat tatsächlich an eine Kühlraumtür gezielt. Hat mit seinem Visier die Flugbahn berechnet. Schießt die Kugelbreit von der Kühlraumtür ab. Und trifft den Typ in den Kopf, der eine Geisel hat. Scheiße, funktioniert doch. Ich muss doch mit was in das Tor spielen. Mensch, als Kind weich. Das wär's jetzt gewesen. Hallo? Weg da. Das Boomer Kotze. Hab ich schon, ne? Boomer Kotze? Hör damit. Hab ich. Hör jetzt nicht die gekrallt. Ihr seid so säcke. Da waren genau zwei Dachen. Ich hab's gesehen. Das andere Wunsch. Trotzdem hab ich nix bekommen. Das heißt, ich kann was da gehen. Du wolltest eh nur der Pöhn. Ich benutze sie wenigstens. Wow. Okay, ich hab's ihnen. Alter. Bin ich so auf dem Fälle. Ich bin so nicht der, 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 schaut schon hin. Weg da. Meine Ahnung, ich hab's hier. Ich, der Joppe hat mir den Arsch direkt. Der, 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 der Schellen war. Was, der Jockey oder der Tank? Äh, der Charger. Der Charger. Ähm. Und wo ist Rochelle? Oh, neu. Weg da. Lade nach. Lade nach. Ich hab's kommen sehen. Lade nach. Lässt ich gerne flachlegen, was? Äh. Oh, 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 oh. Vergiss nicht, Roto. Du bist wieder ein Kerl. Hier oben schon. Hier ist noch ein Defi. Munition. Und passt hier oben. Kettensäge. Suchscheinwerfer. Soll ich mit der Kettensäge? Oh! Ich bin Rockstar. Wie der Zombie gehüpft ist. Ich bin Rockstar. Au! So, jetzt ist er tot. Dein Tüfer einer. Ruhu! Ruhu! Lass mich denn! Warum? Lass mich denn, Ruhu! Das sind Fächer. Guck mal. Soll ich nicht? Au! Jetzt hören wir ihn auf mit. Oh! Ich bin Rockstar. Ich bin Rockstar. Wett mal nachladen. Ich hab euch was. Oh! Wir von der Brücke auf mich niederkontzen. Oh! 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 Wett mal nachladen. So! So. wollen der Falle ich mache es gut gemacht ich bin dann die Taucher was ist und ich bin dann die Taucher ich habe gerechnet habe ich bin Perlentaucher die Augenblick ich muss ich mal eben verraten Schalter hat mich ordentlich massiert hier oben liegt was bestimmt mehr an Munition drinnen als meine Waffe hat er dann Popcorn Explore Muni Boomer Kotze da liegt was hey Freunde wer will doch mal wer hat noch nichts wir machen erstmal hier oben alle sauber so ich könnte schon nochmal ein bisschen Muni mitnehmen so irgendwo ist noch was bestimmt da wo was brennt na jetzt kommt definitiv was das wollte ich nicht das wollte ich nicht platzt es äh hau ab Feuer 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 Stein 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 sieht gut aus von hier oben zieht echt gut aus zieht echt gut aus zieht echt gut aus Lade nach lass den Scheiß hier Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach Lade nach man hört da ein Gedach auf Lade nach das ist übersorgen wie da kann man sich wie da kann man sich nur einmal dran bedienen was denn das für ein Bullshit so jetzt hab ich Brand Muni ja ich bin schon wieder klinisch tot das ist keine Brand Muni das Explore äh mein ich auch warte mal ich hätte soll ich dir helfen Och Rochelle endlich ist es immer useful ich halte dich eigentlich gerade aber näher und bei Möhnlichen ich halte 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 jetzt ich halte mal nach wieso wird er zu mir wieso kommt der zu mir das ist das ist ja es ist ich halte ich halte der manchein 6 das sind ich halte die runde hohe Hallo Hallo hier oben Wieser der Klüfer hat sich getroffen ich könnte nicht gleich naja mit Glück liegt hier in der Wohnung irgendwo was ja deswegen suche ich hier erstmal alles weg du Frosch wieso hast du auf mich geschossen? du schießt auf mich ich hab ja auch nicht gemacht ich hab Pillen ach du machst nichts wer braucht MediPack? ich hab eins Sanzer bräuchte eins und Baseballkörner ich hab nen Schot ich hab nen Schot ich hab nen Schot da kann ich meine Uzi volltanken ach die war schon voll ha 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 irgendwo ist ein Jockey da da sind Pillen jo jetzt nicht mehr die molly ich muss mal kurz gucken da lass ich doch lieber meine Pipeline Nicht auf mich schießen. Da kommt er hoch. Da fängt er lieber weg. Hallo, ich muss auch nachladen. Jetzt schießt er auf mich. Das war aus Versehen. Ist er jetzt geregelt oder was? Ruh, Ruh, Ruh. Einmal für zwei Minuten weg, ey. Lass mich nie wieder allein mit Ruh, Ruh. Wo ist Moni? Wo ist Moni? Hier gibt es einen dicken Munitionskistenbehälter. Hier ist ein Haufen. Toll. Munition. Ich höre hier noch was. Jo, Schock ist weg. Ah. Wo war ich? Da war die Moni. War man nicht mal weiter? Das ist Benzintank. Habt ihr nicht mal weiter wollen? Nö, mit dir nicht. Du schießt auf mich. Ich suche, ich habe mir doch eine Dingens gesucht. Eigentlich ist es noch eine zweite Knarre, aber irgendwie, oh, keine Ahnung. Ach, was willst du mit einem zweiten Knarre? Äh, ihr doppelt den Kopf schießt, wenn du so doof fragst. Ich springe! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Warum springst du, wenn du hier hinten so rumgehen kannst? Ich wollte mal springen, hallo. Ach, weil jetzt Mühe wieder hochkommt. Du wolltest mal scheiß ich so mal? Hier ging's neu. Ah, ich hab' noch nicht hängen. Alter, ich muss mich schon wieder heilen. Da kommt was! Guck mal, Tacke! Hier, Schette dabei. Falls Interesse besteht. Was ist denn da? Au! Äh... Wo? Was? Was? Wie, was? Wo? Was hast du denn? Hier unten? Was denn? Achso! Achso! Das sag' ich nicht, nein. Das ist Horrorro. Ich lege, man hat mich beschossen, kann den Horrorro gewählt werden. Jetzt muss ich nachladen. Wenn hier, wenn's los geht, muss ich nachladen. Das ist doch fies. Irgendwas machst du da falsch. deswegen heißt er die goldene regel immer sofort nachladen hier ist das er wird die sache war dank für meine ich hab dich geschützt Die Logik, ey! Feuer im Wasser! Keiner drin? Okay Weh, jemand kommt mir nach Ja, verpiss dich mal! Verpiss dich! Versetzt! Was soll? Ich muss schreien auch mal! Ich fahr hinten! Nein! Da zieht mich einer! Hallo! Ja, ich wär grad angekotzt Warte mal eben, ich muss mal eben Ganz dringend! Ich hab ja noch einen Monat Das tut gut! Ja, super! Auf die Idee kommst du jetzt, ey! Ja, ja, äh, lieber zu spät als hin! Ich lade nach! Ja, was denn? Ich kann ja immer noch hier! Ach, da kann ich mein Darm oben, war der Kotzbrocken! Und uns bitte! Ne, Rochelle werde ich keine Schmerzmittel geben! Oh, hier ist aber schön! Was ist denn hier? Molotov! Er war ein bisschen daneben geschmissen Ja, ein bisschen, ein bisschen weit scheiße! Auflaufs Kreuz zu dressen! Penner! Ho! Da ist was großes! Dickes! Das kommt wieder zu mir! Autsch! Hä, wer war denn das? Oh nein! Der Boomer! Uff! Nein, nein, nein! So! Okay, Boomer-Konzept im Team! und ich habe kein Munition mehr ich hätte fast nur Lust für mich ich hab mich schießen und jetzt hier Todtauben schießen Klappe 5000 Klappen Die Boomer Kotz hat zwar nicht alles gebracht, aber auf jeden Fall besser als nichts Sollte ich Rochelle meine Schmerzmittel geben? Kann mir das jemand verbrauchen? Die Junkies Lade nach Warte, haben wir Zeit Schnell mal heilen Ups Das war ein Beinschuss Warte, ich helfe noch Oh, hier guck mal, zweite Knacker Das ist aber schön Der Sau Ich bin selber abgegangen Ich spiel' mit Rochelle Ich spiel' mit Rochelle So, machen wir mal hier zu, ja So Tja, ist zu Lief doch gut Ja Ja Dafür hat es aber auch die meisten getötet Alter Alter Und das noch mal ich mit der Gitarre auf den Tank eingeprügelt habe Der hat dich auch fast in den Arsch gebissen Ja, ne? Gehst durchs Fenster, in dem Moment stampf der hinter dir vorbei Die so Ups Du ein Eis der durch die Tür kommt mit Stoß Senzt er schnell wieder raus Ja, Tarn täuschen und verpissen Ach, schön So, Leute Das war's mal mit der Vorhede Wenn's euch gefallen hat, dann macht ein Like Oder schreibt einfach so einen Kommentar auf Oder abonniert, was ihr euch nicht schon gemacht habt, ne? Jut, das war's, bis denn, ciao Ich wusste nicht Tschüss Hör, du wirst es nie Habt ihr 2007 gesehen? Erste Reihe